Warum sind die Leute in Deutschland noch sehr skeptisch? Weil bis jetzt sind die Leute in Deutschland noch sehr skeptisch. Zähne im Ausland machen, ah, ah, billig, aber... Nee, ich würde schon das richtig erklären, wie das läuft in Denta Prime. Weil ich bin überzeugt, dass es wirklich Service viel besser ist, die Qualität viel besser ist auch. Eigentlich vom Reinkommen bis zum Rausgehen hat mir alles sehr gut gefallen. Also sehr sauber, sehr guter Service und wie gesagt, gute Qualität, sehr nett, alle sehr nett. Also das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe.